Hallo YouTube, ich habe mich schon mal wieder aufgeregt und zwar jetzt wurde die Petition von Vera Lengsfeld im Petitionsausschuss des Bundestags diskutiert. Ich zeige euch gleich einen Ausschnitt, aber zuerst möchte ich noch was anderes dazu sagen. Und zwar führt euch mal das hier zu Gemüte, was da auf Wikipedia als Definition steht. Eine Petition, lateinisch Petitio, Bittschriftgesuch, Eingabe, bildungssprachlich auch Adresse, auch Petitum, ist ein Schreiben, eine Bittschrift, ein Ersuchen, eine Beschwerde an eine zuständige Stelle, zum Beispiel eine Behörde oder Volksvertretung. Ich finde einfach schon mal den Namen sehr passend, nämlich Bittschrift. Außerdem, wenn man bei Wortspielen sind, ich mag das sehr gerne, würde ich das Ganze von Petit, französisch für klein, ableiten. Denn genau das bedeutet eine Petition. Sie macht sozusagen den Petitenten, nein Petenten heißt, den Petitenten, macht sie klein. Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und die Volksvertretung zu wenden. Und hier geht es weiter. Seit dem 1. September 2005 ist es möglich, Online-Petitionen über ein Internetformular beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages einzureichen. Zugleich sind öffentliche Petitionen eingeführt worden. Wird eine Petition innerhalb von vier Wochen nach Eingang, in Klammer bei öffentlichen Petitionen, rechnet die Frist ab der Veröffentlichung im Internet von 50.000 oder mehr Personen unterstützt, wird über sie im Regelfall im Petitionsausschuss öffentlich beraten. Der Petent wird zu dieser Beratung eingeladen und erhält Regelrederecht. Nun, genau das ist ja jetzt eben passiert mit Vera Lengsfeld und sie hat sich zur Unterstützung den Henrik Broder mitgenommen. Ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt und dann erzähle ich weiter. Bei der sogenannten Erklärung 2018 handelt es sich nach unserer Auffassung gar nicht um eine Petition, da wir hier überhaupt keinen prüfbaren Gegenstand haben. Und meine Fraktion hat sich deshalb entschlossen, dass wir keine Fragen stellen werden und dass wir uns an dieser Diskussion zu dieser Erklärung nicht beteiligen werden. Ich habe sie tatsächlich nicht verstanden. Und wenn man, glaube ich, mit dem Selbstbewusstsein hier auftritt, wie es die Petenten tun, dann finde ich, ist so ein bisschen wenig, nur zu sagen, so wie es ist, gefällt es uns nicht. Haben Sie sich mit der Frage mal auseinandergesetzt, inwieweit Ihre sehr, sehr groben Behauptungen, auch vorhin haben wir wieder grobe Behauptungen gehört, inwieweit die einen Beitrag, denke ich, zum gesellschaftlichen Unfrieden sind, den wir haben, der auch bedeutet, dass wir gestern in Apolda 800 Rechtsextreme haben, die auf die Polizei losgehen, der bedeutet, das, was in Chemnitz passiert ist. Wie sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen Ihren pauschalen Behauptungen und dem, was da passiert? Das waren jetzt Reaktionen von den Mitgliedern des Petitionsausschusses auf die Petition von Vera Lengsfeld. Und am härtesten fand ich natürlich das von den Grünen, die ihr praktisch unterstellt, mit dem Ganzen den Unfrieden im Land zu schüren. Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht mein eigentliches Thema. Mein eigentliches Thema ist, ich möchte jetzt demnächst eben so eine Art demokratisches Manifest schreiben. Meine 100 Likes sind zustande gekommen, also werde ich das bei tun. Ich habe mir extra einen neuen Akku für meinen Laptop jetzt bestellt, damit ich da schön im Café was schreiben kann. Gut, das nur by the way. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich die Unverschämtheit, dass wenn 50.000 Leute unterschreiben, dann was passiert dann? Dann wird das in einem Ausschuss des Bundestages diskutiert. Was wird da diskutiert? Es wird diskutiert, ob es an den Bundestag weitergeleitet wird. Das heißt, erstens, es ist schon mal eine Gnade, dass es diskutiert wird. In einer Demokratie müsste es dann eigentlich eine Volksabstimmung geben, wenn eine gewisse Anzahl an Stimmen erreicht ist, die das möchte. Also es ist ein antidemokratischer Akt, das Ganze. Und es wird eben nur darüber diskutiert, ob es überhaupt dann im Bundestag weiter diskutiert wird. Also das heißt, es ist erst die erste Hürde von dreien. Wenn nicht gar noch mehr, aber ja. Also wie gesagt, es handelt sich nur um eine Bitte eines Petitenten, also eines kleinen Menschen, dass man doch vielleicht über etwas diskutieren könnte, was immerhin dann 50.000 Leute unterstützt haben müssen. Also mit Demokratie hat eine Petition nicht das geringste zu tun, weil es ist eine Bitte an den Herrschenden. Das wollte ich klar machen, so als kleinen Vorgeschmack auf mein Grand Oeuvre, wenn wir schon im Französischen sind, über die Demokratie. So, jetzt habe ich mich öffentlich aufgeregt. Ich wünsche einen schönen Abend, YouTube.